Werte Zuschauer, herzlich willkommen zum abendlichen Ridgeback-Kino. Hier hinten in der Dämmerung, das dachten Sie sich sicherlich schon, das sind keine Rehe, nein, nein. Das sind gefährliche Kampfbestien. Wir begeben uns nun in höchste Gefahr und pirrschen uns an die Kampfbestien heran. Während sie in einen Kampf um Leben und Tod verwickelt sind, wechselt immer wieder die Rolle des dominierenden Tieres. Das ungeübte Auge könnte auch meinen, die Hunde würden hier rumknutschen. Hm, ja, steck mir deine Zunge tief in den Hals. Wo solch körperlich potente Bestien toben, muss natürlich auch der entsprechende Domenteur vorhanden sein. Man kennt ihn auch als Alpha-Almann. Hier bahnt sich der seltene Vorgang des Kotablasts an. Und nun wird der Vorgang vollendet. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, es ist Zeit für das Ridgeback-Kino.